wir haben es fast geschafft level 2 ist also fast geschafft und erstes zweite level der achten welt aber eigentlich gab es schon ein paar panzer und schiffe also ich glaube hier gibt es nicht viel mehr was macht der dafür kamikaze das gut ist ich habe einen schwanz und immer wenn ich das sage dann passiert gleich was ganz böses fast wäre es passiert man kann ja gar nicht vorausschauen was will die denn jetzt schon wieder hier wo die viel gefälscher aus als beim letzten mal hier ist ein schwanz wichtig hoffentlich schaffe ich das jetzt ich glaube das ist nämlich mein fast letzter wenn ich hier einen schwanz habe wird das alles viel schwieriger hochlaufen den berg hoch ich traue mich da nicht runter zu rutschen ich bin nicht lebensmüde so will sie denn wieder aber hier sieht natürlich sehr ineffektiv bei so einer schrägen aber jetzt ist wieder effektiver und jetzt muss ich auf diesen scheiß cooper landen mein auge juckt das ist natürlich nicht auf den cooper landen zum glück war es das geschafft dass da war das erste level ja doch wesentlich gefährlicher mit diesen scheiß pflanzen dafür brate ich alle meine power ups bei diesem ersten level zumindest so haben wir es bald geschafft ist das schloss jetzt da irgendwann normales schloss ist dann was ist denn jetzt passiert wieso kann ich jetzt hier plötzlich durchlaufen was war das für eine sinnlose röhre war das jetzt das zweite level grad ja es sieht ganz so aus na gut dann hinterfragen hinterfrage ich das nicht weiter das ist aber noch nicht vor das schloss kann ich mir nicht vorstellen das hat doch bestimmt einen eigenen sound noch oder das wäre es ja lane ich glaube ich will da hoch und so eine vermutung wenn ich irgendwann mal reinkommen ich kann da einfach drauf stehen dann ja danke überhaupt nicht unfair unter rechts wäre ich eh nicht weiter gekommen was soll ich jetzt noch nehmen bei so einem schloss hilft mir kein pflügel hammer bringt mir auch nichts mehr wolke wo das geht sogar kann ich mich zumindest mal umsehen ich will das schloss trotzdem noch machen das da unten geht dann erst auf zur röhre wenn das schloss geschafft ist wo lande ich hier ok das ist das schloss auf jeden fall und da ist noch mal ein panzer vor das heißt ein schloss und ein panzer level dann haben wir es geschafft perfekt und das dann ungefähr 25 videos schätze ich mal das ist doch eine ordentliche quote ok jetzt müssen wir das aber noch machen ich glaube ich bleibe erstmal klein noch ein bisschen die lage checken ich laufe jetzt erstmal nochmal weiter und guck was das level sonst noch zu bieten hat huhuhu was mache ich hier sehr schön wenigstens mal wieder wie früher ein power-up zu ziemlich beginn des levels hä wie soll ich denn da durchkommen genau deswegen gab es das power-up weil die genau wussten hier kommt man sonst nicht durch na doch soll ich mal hier rein kein fließband danke ah jetzt bin ich auf der anderen seite des fließbandes gut kann ich mich zumindest mal auffüllen ich glaube das ist wieder so ein ihr garten ich liebe diese level ja da rechts komme ich eh noch nicht weiter ah ich glaube ich muss in die tür rein nur eine vermutung ich bin immer jetzt ah jetzt bin ich wieder hier ok ich weiß nicht ach ich glaube ich bin sogar in die tür durch die tür gekommen am anfang ich habe es mir nicht mehr gewusst so die letzte tür die es hier gibt in diesem ersten raum ich habe noch a gedrückt das ist total fies sowas das ist unfaire fallen gut aber ich brauche nicht mehr power up das habe ich auch so ich habe ja noch 28 leben also von daher ich habe nicht viel verloren aber jetzt 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 verliere ich ein paar kein ding ich bin ich bin da optimistisch ich denke mal dieses video werde ich mindestens noch das schloss schaffen hier dem nächsten dann mindestens den panzer und spätestens dann dem danach kommt bowser dran und dann haben wir es geschafft vielleicht geht das aber auch alles viel schneller ja so war das jetzt gut hier rein zu gehen ja stimmt da bin ich ja genau aber vielleicht ist es trotzdem richtig der weg das weiß man halt nicht aha das ist das fließband wo ich am anfang war glaube ich dann gehe ich erstmal hier rein da komme ich bestimmt wieder an anfang oder ganz woanders meine theorien sind für den arsch was ist das für einer hier noch schräg hier hast du gesoffen puh ich dachte der kommt zu mir ich will das leben haben aber ich kriege es nicht vielleicht beim nächsten mal blatt das kann mir nützlich sein schnell da rein ich weiß nicht ob ich da noch weiter gekommen bin jetzt bin ich hier da gab es doch noch eine tür ne ok irgendwie ne ich glaube ich muss doch weiter rechts auch wenn das gefährlich ist ich weiß gar nicht ob das überhaupt ohne blatt möglich ist oder mit blatt vor allem ist es sehr schwer das schloss gefällt mir nicht wenn das schon so schwer ist das soll dann auch erst mit bursers schloss werden aber ich muss ja sagen ich bin eigentlich sogar positiv überrascht dass mich das spiel noch sehr fordert ich hatte es eigentlich sehr einfach in erinnerung auch wenn ich es nicht ganz durch geschafft habe ich bin so dumm ja es ist besser so als die demütigung weiter zu verfolgen in diesem versuch 25 leben komm das wenn ich game over gehen würde ich frage mich ob die ganzen luftschefe dann auch noch wieder da sind und wieder zurück kommen das wäre der hammer ja wobei ich habe nur einen p-flügel für das eine level gebraucht und ich habe ja noch ein paar p-flügel also wenn ich echt mal game over gehen sollte ich glaube dann würde ich die sachen einfach mit den p-flügeln machen man hat ja schon gesehen dass es vielleicht auch so kann außer das eine level soll ich jetzt hier weiter gehen ich würde gerne mal rein ok kann ich mir das leben vielleicht schnappen das wäre sehr cool dankeschön neun ok jetzt bin ich wieder hier scheiße jetzt ohne feder ich glaube da muss ich das von unten machen ja genau da habe ich anschlaufe durch durch das ding durch das fließband da ist bestimmt eine falle drin hä wieso kein blatt es geht bestimmt da rechts weiter eigentlich ich wusste es ich wusste es so unten leben noch aha für den ist er wahrscheinlich steil der stern und jetzt wie groß ist das ding nicht dass die zeit wieder ausgeht bitte kontrolle dafür lass mich nicht war das richtig hätte ich drauf bleiben sollen er weiter springen sollen ich bin verwirrt ich laufe immer weiter ich weiß nicht ob das richtig ist ob was anderes besser wäre Mist Mist ah bleib einfach da oben bitte bin schon fast tot wieder ähm lass mich da mal gucken ich hätte gedacht da kommt jetzt so ein Pilz raus der jetzt durch das fließband nach rechts geht aber das fließband geht ja nach links ja boah war der fies wer konnte denn damit rechnen gut aber irgendwie macht es auch Spaß aber es ist halt sehr schwer und lange aber ich scheine das so machen zu wollen also den weg in etwa die route die ich gehen will habe ich mir jetzt ausgesucht es gibt bestimmt noch andere es gibt bestimmt noch andere boah was mache ich denn warum ich jetzt zugucken das macht mich immer nervös guck mal weg ah 10 Minuten schon wieder um aber noch nicht viel erreicht lalala jetzt kommt das wie komme ich eigentlich in die Tür da unten da war ich auch noch nie da muss ich aber auch gar nicht hinkommen das bringt ja nicht viel leckt mich jetzt kann ich nicht da rechts rein toll leicht jetzt komme ich in die Tür oder ja ich kann ja nichts machen wenn ich klein bin kann das sein total am Arsch wie unfair ist das ich kann nichts machen wenn ich klein bin kann ich mal das Level verlassen ja dann verschwinde ich eben das ist ja unfair man muss groß sein dann nehme ich mir jetzt irgendwas noch okay Flügel bringt mir eh nichts das ist dumm das ist jetzt mein letztes Blatt quasi okay und gerade das könnte ich bestimmt später bei den Dingern gut gebrauchen die noch kommen wenn ich jetzt hier bei so einem Scheiß verlieren würde bei so einem bei so einer Disco wieso kann ich eigentlich keine Stampfattacke machen hier bei Super Mario Brothers wie geht das doch auch bleib lieber bei dem Blatt nichts für ungut aber wie soll ich jetzt da durchkommen huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui vergessen mein herz hätte ich vielleicht nach links gesollt da kann ich ja jetzt durch jetzt bin ich hier okay gut dann habe ich ein bisschen überblick jetzt war ein fehler ich merke schon ich weiß schon dass ich irgendwann durch den controller gleich in die labe voll und ist alles kaputt okay noch ein plädchen auf fließt mein anzug sehr egal sieht auch gut obwohl davor da hätte ich mich ja verwandeln können ein bisschen mit dem anzug aber macht ja nichts ist mir egal hauptsache flattern und jetzt kann ich hier durch den stern nehme ich gleich auch noch mit natürlich ob der irgendwas bringt ach jetzt da unten war ich ja schon was ist denn für eine scheiße ich den bringt mir eh nix vielleicht hier am ende er ist auch viel zu schnell weg ich kann wissen mitnehmen strategische denke oder verschwindet der gleich von selbst gut hier unten war ich bin dann gestorben wie unnötig hier muss ich doch sowieso danach links ich weiß nicht was das soll alles ist ich fühle mich voll verarscht dumm jetzt habe ich mir meinen großen vorteil geraubt und meinen kleinen vorteil aber noch ich weiß nicht wo der ausgang ist ganz ehrlich ich finde ihn nicht langsam geht meine leben zu neige weil ich hier schon mal drin kein fließband danke so jetzt gehe ich auch wieder nach links wo schon war er nach rechts bringt mir das doch eigentlich gar gar nichts ich weiß nicht wo ich hin muss hier bin ich auch schon gewesen balla hä war ich nicht hier gerade schon mal und habe da meine größe verloren und powerabwehr nicht schlecht die münze ist auch nicht schlecht überhaupt nicht jetzt bin ich hier so ich habe jetzt gar keine wahl doch habe ich aber warum sollte ich weiter rechts gehen da gibt es doch gar nichts verstehe ich verstehe das nicht ach hier kam p p switch ne vielleicht muss ich den irgendwie drücken naja da komme ich ja nur links weiter wahrscheinlich durch die blöcke und jetzt ist auch noch die zeit ein problem ja sehr komisch auch super toll wie das fließband übrigens ins nichts verschwindet und das ding ist ein p flügel würde mir nicht mal helfen aber vielleicht eine sterne wenn ich ganz schnell bin so ein powerab so super das hat ja klein kann ich komme ich eh nicht weiter gut ich guck mal kurz wie der weg ist damit wir hier nicht ewig rumhängen also wie es gleich